Guten Abend, alle. Ich freue mich, dass ich hier für Ihnen spiele und besonders, dass das ein großer Tag ist für Hand in Hand und Jascha, ein sehr guter Freund von mir. Ich habe etwas Spezielles komponiert für ihn, für den Abend und ich denke, dass es schon ein großer Sieg ist heute, dass seine Arbeit in Hand in Hand oder die Arbeit auch von Hand in Hand und die viele Mitarbeiter angekannt wird. Das ist so ein großer Sieg, so meine Komposition für den Jascha heißt Jugo für Jascha. Genau wie bei Hajar in Madagaskar, wenn ich in Südafrika, meine Heimatland sozusagen, spiele. Die Leute machen mit natürlich, aber es tut mir leid, ich kenne die Wörter für dieses Stück nicht. Aber ihr könnt alles tun, was ihr wollt. So, Hand in Hand ist für mich eine sehr wichtige Organisation, lebenswichtig. Ich würde sagen, dass es mein Leben fast gerettet hat. Ich lebe schon in Deutschland seit acht Jahren oder so und ich kann immer noch nicht Deutsch richtig sprechen. Aber ja, es war manchmal nicht so einfach. Ich denke, dass es ist euch bekannt, dass es gibt Probleme für Asländer. Überhaupt, besonders hier in Deutschland, es tut mir leid zu sagen, dass es hat mir sehr oft erinnert an die Antare Zeit in Südafrika. Die Probleme, die ich da erlebt habe mit Fassismus, gibt es auch sehr viel hier in Deutschland. Und es gibt sehr wenige Leute, die die Zivilcourage und Mut haben, was dagegen zu tun. Und Jascha Hilkowicz ist einer, so von den sehr wenigen Menschen, die, wie sagt man, möchte die Probleme nicht unter den Teppich kehren und was tut. Und ich denke, dass wir brauchen mehr von solchen Menschen. Und das ist für mich, ja, so eine sehr tolle Sache, dass er das tut. Und ich bin sehr geehrt, so für ihn hier zu spielen. So, hier ist mein Stück, Jürgen für Jascha. Applaus 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 Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020